Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich möchte einfach wieder ein bisschen fitter werden, möchte ein paar Kilos verlieren. Aber der Hauptfokus soll auf meiner Gesundheit liegen, weil ich möchte wieder besser essen, wieder ein bisschen mehr Sport machen und mich einfach mehr um meinen Körper kümmern. Und dazu kam, dass ich da letztens dieses Bild gefunden habe und gesehen habe, wie ich mal aussah. Klar, das ist jetzt gutes Licht und wahrscheinlich auch eine gute Pose und so, aber trotzdem, so sah ich mal aus und so sehe ich nicht mehr aus. Mir geht es aber vor allem darum, wie ich mich in der Zeit gefühlt habe, als ich so aussah. Und ich habe mich einfach viel besser gefühlt und ja, da möchte ich einfach wieder hin. Ich weiß nicht, ob ich genau zu dieser Figur wieder kommen werde, aber ja, ich möchte einfach wieder mehr auf meine Gesundheit achten und auch einfach mehr mich um meinen Körper kümmern. Und ich dachte, es wäre cool, wenn ich euch dabei so ein bisschen mitnehme, vielleicht euch ein bisschen motiviere, mitzumachen. Also heute ist Montag, heute ist der erste Tag, an dem ich wieder mit Intervallfasten anfange. Und ich war eben schon beim Sport, ich war beim Jumping und bei Duschen, deswegen sind meine Haare auch noch nass. Und mittlerweile ist es 11.53 Uhr und ich habe noch nichts gegessen heute. Eigentlich esse ich immer zwischen 10 und 18 Uhr beim Intervallfasten. Ich habe aber komischerweise noch überhaupt keinen Hunger und es ist jetzt gleich 12. Also kann ich heute theoretisch ein bisschen länger essen. Ich möchte euch mit dem Video einfach so durch meine erste Woche Intervallfasten und Fitness wieder reinkommen, so ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie es mir dabei geht und ja, euch hoffentlich ein bisschen motivieren. Wie gesagt, ich war heute schon beim Sport und es hat mir richtig, richtig gut getan. Ich bin nämlich heute Morgen total ängstlich aufgewacht und so, was ich eigentlich seit längerer Zeit nicht mehr hatte. Ich schlafe immer noch relativ schlecht, würde ich sagen. Aber ja, ich versuche das alles in den Griff zu bekommen. Ich versuche auch wieder mehr zu schreiben, also Tagebuch zu schreiben, mehr Yoga zu machen. Also diese ganze Reihe, die jetzt startet, soll einfach so ein bisschen auf die Gesundheit abzielen. Also sowohl halt eben die körperliche, dass ich ein bisschen fitter werden möchte und auch eben einfach mental, dass ich mir mehr Zeit für mich nehmen muss. Ich habe nämlich super, super viel um die Ohren. Es ist einfach sehr, sehr viel momentan und deswegen möchte ich wieder mehr auf mich achten und mehr auf meine Gesundheit achten und euch dabei mitnehmen. Kleines Update, ich habe mittlerweile Mittag gegessen. Mein Papa und ich haben was bestellt und ich hatte einen großen gemischten Salat und einen Buscetta. Und das war so lecker. Ich weiß nicht, wie die das angemacht haben, aber es war mega lecker. Mittlerweile ist es kurz vor drei und ich habe seitdem nichts mehr gegessen und ich bin noch nicht so hungrig. Also ich könnte jetzt so einen kleinen Snack essen. Irgendwie, vielleicht tue ich mir gleich ein bisschen Obst oder so, aber ich bin auf jeden Fall nicht hungrig. Mir geht es auch richtig gut. Ich bin gar nicht mehr so ängstlich wie heute Morgen, habe ich euch ja erzählt. Und ich habe die ganze Zeit draußen im Garten gesessen und gelernt. Es war richtig, richtig schön. Und es hat mir auch irgendwie voll gut getan, so ein bisschen draußen zu sein. Was ich auf jeden Fall auch noch machen mag, ist, mich später ein bisschen zu dehnen und ein bisschen Yoga zu machen. Ich habe mich zwar heute nach dem Sport schon ein bisschen gedehnt, aber ich will das immer so abends so ein bisschen zum Runterkommen machen oder zwischendurch, wenn ich Zeit habe. Und woran ich mich selbst auch immer erinnern muss, beziehungsweise was ich jetzt mehr anfangen möchte zu machen, ist, mich um meinen Fuß zu kümmern. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich habe seit Wochen, wenn nicht sogar schon seit ein, zwei Monaten, so sau die Fußschmerzen im linken Fuß, so am Gewölbe unten. Und meine Mama hat so einen Ball und sie hat gesagt, das ist gut für das Fußgewölbe, wenn ich mich da immer so ein bisschen drauf stelle und halt versuche, das so ein bisschen zu formen. Also ich hatte früher mal Einlagen und ich habe, glaube ich, so einen Knick-, Senk-, Spreizfuß oder Plattfuß oder irgendwas. Deswegen will ich auf jeden Fall so ein bisschen das Fußgewebe wieder aufbauen, weil ich habe wirklich sau Fußschmerzen. Gerade wenn ich morgens aufwache, ist es besonders stark. Über den Tag verteilt geht es dann so ein bisschen weg, aber ich will mich da auf jeden Fall drum kümmern und habe auch schon einen Termin beim Orthopäden gemacht, um zu gucken, ob ich neue Einlagen brauche oder so. Ja, weil das gehört alles auch zur Gesundheit dazu, dass man regelmäßig zu seinen Arztterminen geht und sich um seinen Körper kümmert. Und genau das will ich ja wieder zur Priorität machen. Ich habe mir übrigens dann gestern noch diese Eckart von Hirschhausen App geholt. Da geht es im Prinzip genau einfach nur um das Intervallfasten. Ich fand es aber ganz süß, dass er so ein paar, wie so ein Podcast hier hat. Also man hat so seinen Plan. Hallo? Also man hat so seinen Plan und kann sich dann immer so neue Episoden von ihm anhören. Das fand ich irgendwie ganz süß zur Begleitung, um so ein bisschen motivierter zu bleiben. Du hast ja auch dein Profil, aber ich benutze es eigentlich nicht. Also du kannst hier sehen, dein Intervall und wie lange du noch essen kannst. Aber ich meine, du kannst auch einfach auf eine Uhr gucken. Aber ja, ich finde es ganz süß für dieses Programm. Und hier also akute Sachen, wenn man nicht weiß, was man machen soll, wenn man zu essen eingeladen ist oder wenn man mal irgendwie aus Versehen nicht durchgehalten hat. Die finde ich irgendwie echt süß, die App. Und als man sich da angemeldet hat, hat man dann auch so eine PDF bekommen. Und da hat man so eingetragen, was seine Muster sind, also wann man am meisten zum Essen greift. Bei mir ist es einfach immer so, ich gucke in den Süßigkeiten-Schrank und esse dann was, weil halt da was rumliegt. Dann das Motiv, also warum du überhaupt Intervall-Fassen machen möchtest. Und da unten deine Ja-Aber, also deine Ausreden, dass du die halt besser erkennst und dann nicht so schnell aufgibst. Und das fand ich irgendwie ganz süß und habe mir das einfach mal neben den Spiegel gehangen. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr konzentrieren beim Lernen, deswegen mache ich jetzt eine Pause oder höre vielleicht auch ganz auf für heute und werde mich jetzt ein bisschen um mich selbst kümmern. Ich will eine Maske machen und ein bisschen Yoga und vielleicht ein bisschen meditieren. Und ich glaube, ich werde mir eine Maske von meiner Schwester allein. Die hat nämlich so eine Maske, die ganz gut gegen Pickel sein soll. Und ich hatte ein bisschen Probleme mit Unreinheiten in der letzten Zeit. Ich benutze diese Coco Wow Maske von Hello Body. Die ist natürlich nicht gesponsert. Die soll einfach so ganz gut gegen Unreinheiten sein. Was ich auch den ganzen Tag über schon mache, ist viel, viel Wasser zu trinken. Ich glaube, das hilft auch halt einfach gegen Heißhunger oder allgemein gegen Hunger. Weil ich habe ja wie gesagt heute nur den Salat, also es war ein großer gemischter Salat, und das Busquetta gegessen. Aber ja, es ist jetzt gleich halb fünf und ich habe immer noch nicht Hunger. Ich werde mir, glaube ich, gleich irgendwie ein bisschen Obst holen, weil ich will auf jeden Fall auch darauf achten, dass ich mehr Obst und Gemüse esse. Ja, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Diese Maske riecht so lecker. Die riecht so aus einer Mischung nach Kokos und Vanille. Irgendwie richtig lecker. Und die sieht auch total fancy aus. Sieht so ein bisschen rosa. So sieht die Verpackung aus. Und die werde ich jetzt einfach so ein bisschen auf meine unreinen Stellen geben. Und ich mache auch mal wieder diese White Strips drauf. Die habe ich euch mal in einem Favoriten-Video gezeigt. Und seitdem habe ich sie irgendwie fast gar nicht mehr benutzt. Aber ich werde die Packung, also ich werde mir die nicht nachkaufen, glaube ich. Aber ich werde die Packung halt einfach noch leer machen. Und da sind noch so ein paar Streifen drin. So sieht es aus. Man hat einfach so zwei so Streifen. Ich finde irgendwie, je öfter ich die benutze, desto weniger mache ich das Gefühl von denen auf den Zähnen. Weil sich halt diese Streifen irgendwann so auflösen. Und es macht es sauschwer, die abzukriegen. Aber ja, wie gesagt, ich werde die jetzt einfach noch leer machen. So, während ich das Ganze jetzt einwirken lasse und die Maske ein bisschen drauf lasse, werde ich, glaube ich, ein bisschen meditieren. Tut mir leid, wenn ich jetzt übrigens ein bisschen lispe. Das liegt an der Streifen. Das sind einfach so ein paar geleitete Meditationen, die man sich anhören kann. Und ja, das werde ich jetzt zur Abwechslung mal wieder machen. Die Meditation hat richtig, richtig gut getan. Ich hatte zwar immer noch Probleme damit, Gedanken, die mir während der Meditation kommen, einfach gehen zu lassen. Ich lasse mich relativ schnell von den Gedanken dann ablenken. Aber es war irgendwie total schön, sich mal diese zehn Minuten Zeit für sich zu nehmen und irgendwie, ja, auf seinen Körper zu hören. Und ich glaube, das werde ich jetzt wieder öfters machen. Ich fühle mich auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Und die Maske ist in der Zeit auch fast überall getrocknet. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt mal ab. Bis zum nächsten Mal. Kurzes Fasti zum ersten Tag des Intervallfastens und meine Gesundheitsreise. Und zwar ist es jetzt halb acht und ich habe um sieben aufgehört zu essen. Das heißt, ich hätte eigentlich noch bis acht Uhr essen können, aber um so eine gute Balance zu haben, werde ich jetzt, glaube ich, immer versuchen von elf bis sieben zu essen, weil das Abend so ein bisschen einfacher ist zu handeln als sechs Uhr, weil wir meistens halt immer erst so um halb sieben Abend essen. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie wenig Essen ich heute gebraucht habe, beziehungsweise wie wenig Mahlzeiten. Ich habe einfach drei, naja, zweieinhalb große Mahlzeiten gegessen und gar nicht zwischendurch gesnackt. Und einfach viel Wasser getrunken und ich glaube, Wassertrinken macht auch auf jeden Fall einen Unterschied. Ich bin gespannt, wie es die Woche weitergehen wird und bin auf jeden Fall zufrieden mit dem ersten Tag. Hi Freunde, Tag zwei des Intervallfastens. Ich komme gerade aus der Uni, es ist halb drei und heute Morgen hat es echt gut geklappt. Also mein Magen hat so ab zehn, halb elf ein bisschen geknurrt und um elf habe ich dann was gegessen. Und ich kam jetzt eben nach Hause und hatte richtig, richtig Lust auf was Frisches und habe mir jetzt so ein Eissmoothie gemacht. Ich habe da gefrorene Himbeeren rein, eine Banane, O-Saft und Eiswürfel. Ich werde jetzt den Smoothie trinken und genießen und mich dann auf den Weg zur Nachhilfe machen und danach was lernen. Aber ja, mit dem Intervallfasten klappt es bis jetzt ganz gut und an der mentalen Gesundheit bin ich dran. Ich wollte eigentlich eben, weil ich noch so 20 Minuten hatte, bevor ich zur Nachhilfe muss, schnell noch die E-Mails schreiben, die ich erledigen muss. Ich habe mir dann gedacht, nein, du nimmst mir jetzt Zeit für dich, weil ich war wirklich oder bin immer noch ziemlich gestresst und habe mir dann mein Handy genommen, habe die Meditations-App aufgemacht und habe fünf Minuten meditiert. Und auch wenn es nur fünf Minuten waren und auch wenn mir wieder tausend Gedanken durch den Kopf gegangen sind, hat es irgendwie schon geholfen, so kurz zur Ruhe zu kommen, die Augen zu schließen, mich hinzulegen und mich auf etwas anderes zu konzentrieren oder es zumindest zu versuchen. Und ich kann jedem einfach nur empfehlen, Meditation für sich mal auszuprobieren. Und ich fühle mich jetzt schon ein bisschen besser. Ich bin immer noch ein bisschen gestresst, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Heute ist Donnerstag und ein kleines Update zu gestern zum Intervallfasten. Ich war in der Uni, es war schon um acht und bin dementsprechend... Oh, ich bin gar nicht scharf. Also ich war schon um acht in der Uni und bin dementsprechend so um halb sieben aufgestatten und hatte sehr viel Hunger. Aber ich habe nichts gegessen bis so kurz nach zehn. Also ich habe das Intervall ein bisschen früher angefangen. Ich habe aber auch am Dienstagabend so um halb sieben, also ab halb sieben nichts mehr gegessen. Deswegen war es so eine halbe Stunde und ich will mir da nicht so super viel Stress machen, wenn ich nicht so auf die Minute genaues einhalte. Deswegen habe ich gestern von zehn bis 18 Uhr gegessen. Und abends ging es eigentlich mit dem Hunger, außer dann so spätabends. Also ich war in der Sneak, so um elf fängt die an, bis eins ging es, glaube ich. Und dann habe ich dann schon so ein bisschen Hunger bekommen. Heute Morgen bin ich um halb zehn aufgewacht, das heißt ich musste nur eine halbe Stunde warten, bevor ich essen konnte. Guten Morgen! Heute ist Freitag, mein fünfter Tag des Intervallfastens. Es ist jetzt kurz vor elf und um elf kann ich dann meine erste Mahlzeit zu mir nehmen. Und ich muss sagen, es geht heute voll mit dem Hunger. Also ich merke, dass ich langsam Hunger kriege, aber es ist nicht so super dringend. Es klappt echt gut. Ich habe mir ja diese Eckart von Hüschhausen App runtergeladen. Und da steht auch drin, was man machen soll, wenn man mal zum Essen eingeladen ist. Und am Sonntag gehen wir halt grillen zu meiner Tante und meinem Onkel. Und das ist halt abends, da werde ich dann sozusagen meinen Cheat-Tag haben. Da hat es irgendwie so erklärt, dass es halt irgendwie was ist, was man zwar langfristig schon so regelmäßig machen sollte, aber dass es völlig in Ordnung ist, wenn man auch mal einen Tag aussetzt oder so. Und deswegen wird dieser Tag am Sonntag sein. Heute ist Sonntag und somit der letzte Tag meiner ersten Intervallfasten-Reihe und meiner Gesundheitsreise. Oder wie ich es genannt habe, Gesundheitsjourney. Und ich wollte euch kurz ein Update geben oder so ein Fazit zur ersten Woche. Und ich muss sagen, das Intervallfasten hat mir diese Woche richtig, richtig gut getan. Ich bin sehr froh, dass ich wieder damit angefangen habe. Ich fühle mich gar nicht mehr so vollgefressen und überfressen, weil ich habe euch ja erzählt, dass ich einfach immer esse irgendwie. Also immer gegessen habe. Und ja, das ist auf jeden Fall viel, viel besser. Ich fühle mich viel besser. Es ist auf jeden Fall nicht jeden Tag leicht. Also gestern zum Beispiel war ich dann abends auf dem Weinfest mit ein paar Freunden und da gab es halt Crêpe und Wein und Essen und alles. Und ich bin stark geblieben und habe nichts gegessen, nichts getrunken. Aber ja, wenn man einfach gut im Vorhinein plant, dann ist es, finde ich, auch gar nicht so schwierig. Also ich habe zum Beispiel die ganze Woche danach geplant, dass ich mich jeden Tag an meine 16 zu 8-Regel halte und halt heute am Sonntag meinen Cheat-Day habe, wo ich halt zum Grillen eingeladen bin und deswegen schon wusste, dass ich heute nicht Intervallfasten werden kann. Also, dass ich nicht fasten kann heute. Und so hat es auch ganz gut geklappt. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass ich das ausprobieren möchte. Das halt, wenn man weiß, dass man irgendwo eingeladen ist, halt so zu planen, dass man nur an dem Tag versucht, das Intervall zu brechen und an den anderen sich halt so gut es geht dran hält. Ja, so von meiner Mentalgesundheit geht es mir auf jeden Fall auch schon besser als Anfang der Woche. Ich habe nicht jeden Tag meditiert, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Mal reingeschaut in die App und das hat mir auch echt gut getan. Und was mir auch gut getan hat, ist, dass ich endlich angefangen habe zu lernen, weil dann ist man nicht mehr so die ganze Zeit im Hinterkopf gestresst, sondern macht endlich was dagegen und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Ich war auch dreimal die Woche beim Sport, die Woche, was eigentlich für mich so ganz gut ist. Ich will vielleicht die nächsten Tage, die nächsten Woche mal wieder anfangen zu joggen, ein bisschen im Wald, weil mir das eigentlich auch ganz gut getan hat vor ein paar Wochen, als ich das ausprobiert habe. Und ja, das ist mein kleines Fazit zur ersten Woche. Mir hat es auf jeden Fall gut getan. Ich werde es weitermachen. Und wenn ihr weiterhin Videos zu dem Thema sehen wollt, irgendwie Updates oder wie es so läuft mit dem Intervallfasten und mit meiner Gesundheitsjourney, dann abonniert gerne den Kanal und sagt mir Bescheid, ob ihr weitere Videos in die Richtung sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!